Hallo, ich hoffe, Sie sind in Ordnung, mein Name ist Anna, und in diesem Video werde ich Ihnen die ganze Wahrheit über T-Annex erzählen, bevor Sie dieses Produkt tatsächlich kaufen. Funktioniert T-Annex wirklich genauso wie alle anderen Videos? In dieser ehrlichen Rezension habe ich auf zwei wirklich wichtige Wahrnahmen, also achten Sie genau darauf, was ich zu Ihnen zu sagen habe. Das Erste, was Sie über diese Gewichtsverlustergänzung wissen müssen, ist, seien Sie sehr vorsichtig mit der Website, wo Sie T-Annex kaufen, da dieses Produkt nur auf der offiziellen Website verkauft wird, und um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen und in die Kommentare gekinnt. Es ist sehr wichtig, Gewicht verantwortungsvoll zu verlieren und damit Sie nicht in Schläge fallen entschieden, dies zu teilen. Was ist T-Annex? Funktioniert es wirklich? T-Annex ist eine revolutionäre, ein natürliche Ergänzung für Gewichtsverlust. Von Experten entwickelt, um die Lösung für diejenigen zu sein, die versagt haben und jedes Mal frustriert waren, denn sie versucht haben, Gewicht zu verlieren. T-Annex beschleunigt ihren Stoffwechsel und verlangsamt ihren Appetit, indem es die Fettverbrennung 24 Stunden am Tag stimuliert, ohne harte Trainingseinheiten oder restriktive Diäten. Als Ergebnis werden sie Gewicht verlieren und ihr Selbstwertgefühl wird sich verbessern, sie werden in der Lage sein, Kleidung zu tragen, die nicht mehr passt, und ihr Mann wird sie enthusiastischer betrachten, und jeder wird ihnen sagen, wie dünn und schön sie sind. Sie werden auch eine große Verbesserung ihrer Stimmung und Stimmung bemerken, die ihnen mehr Energie zum Spielen mit ihrem Kind und eine bessere Leistung bei der Arbeit geben wird. Durch das Schmelzen von Fettausbau, Rücken, Oberschenkeln, Armen und Gesicht führen sie sich jung, selbstbewusst und leicht. Obwohl es viele Abnehmen gibt, sind viele ein Spiel zu profitieren, verstehen sie, dass, um Gewicht zu verlieren, müssen sie die Ursache der Fettleibigkeit behandeln, und so T-Annex. Wurde geschaffen, um ihnen zu helfen. Also ja, sie können diesem Produkt vertrauen. Viele Menschen haben mit T-Annex-Kapseln hervorratende Ergebnisse erzielt und sie können auch Ergebnisse erzielen. Sie müssen jedoch bedenken, dass jeder Organismus auf einzigartige Weise reagiert. Es ist ein bisschen offensichtlich, aber ich sage Ihnen das, damit sie realistisch über ihre Behandlung und ihre Erwartungen sein können. T-Annex ist ein großer Appetitzübler und hilft viel bei Stoffwechselerkrankungen, borgt Fettleibigkeit, Diabetes und Herzerkrankungen vor. Es gibt etwas wirklich Wichtiges über dieses Produkt, das Sie vor dem Kauf wissen müssen. Es gibt volles Vertrauen in die Tatsache, dass T-Annex Ihnen helfen wird, so dass die E-Mail auf der offiziellen Website für jede Forderung oder Ihr Geld zurückverfügbar ist. Sie können sich sicher sein, dass Sie Ihr Ergebnis oder Ihr Geld von dem Moment an, an dem Sie Kontakt mit dem Support aufnehmen, zurück erhalten. Damit T-Annex funktioniert, müssen Sie die Behandlung ernst nehmen. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlene Dosis, da ein Überschuss Ihr Wohlbefinden negativ beeinflussen kann. Es ist auch wichtig, dass Sie wissen, dass T-Annex-Ergänzung keine Nebenwirkungen hat, da es völlig natürlich ist. Aber beeil Dich jetzt! Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken, wie erstaunlich die Auswirkungen von T-Annex sind und sind bis zu sechs Einheiten auf einmal bestellt. Um die Produktqualität zu erhalten, werden nur wenige Einheiten von T-Annex pro Jahr produziert, was bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot übertreffen kann. Sie müssen schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat ausgeht. Aber denken Sie daran, das Original-T-Annex wird nur auf der offiziellen Website verkauft und der Link zur offiziellen Website ist in der Beschreibung dieses Videos.